Das heutige Video wird euch präsentiert von BingX. Kryptos kaufen, handeln oder einfach Copy-traden. Willkommen in eurem sozialen Trading-Netzwerk. Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Zahlen-, Daten- und Fakten-Video, was heute allerdings ein News-News-News-Video wird, denn es gibt diese Woche unheimlich viel zu besprechen. Wir werden uns anschauen, was die Inflationszahlen machen, werden uns angucken, was bei FTX abgeht. Da gab es die Festnahme von Sam Beckman-Fried. Wir gucken, was bei Binance abgeht, der ganze FUD, der damit zu tun hat. Wir schauen, was bei Ripple abgeht, David Schwartz hat mal wieder was Dubioses gepostet und will uns vielleicht auf den morgigen Tag vorbereiten. Und auch die Tether-Bombe ist heute mal wieder ein Thema. Heute wird es richtig spannend, Freunde, und los geht's nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, spannen wir uns mal die Zahlen, obwohl Bitcoin gestern einen schönen Pump hatte, nachdem die positive Entwicklung der Inflationszahlen rauskam, ist es, glaube ich, doch nicht ganz so spannend, wie die News, die sich momentan wirklich häufen. Starten wir mal mit den US-Inflationszahlen, denn die sind weiter abgeebbt. Die hohe US-Inflation hat sich im November stärker als erwartet abgeschwächt. Die Teuerungsrate viel von 7,7 auf 7,1 Prozent. Demnach also sehr positiv die Entwicklung in dem Bereich. Und von daher gehen viele davon aus, dass der heutige Zinsentscheid der Federal Reserve gering ausfällt, beziehungsweise entspannter ausfällt als zuletzt. Die Prognose sagt, dass wir ungefähr mit 0,5 Prozent Erhöhung rechnen dürfen. Insgesamt dann also auf 4,5 Prozent. Wir werden mal sehen, wie das Ganze kommt. Heute Abend um 20 Uhr sind wir auf jeden Fall schlauer. Und ihr solltet da auf jeden Fall den Markt noch im Auge behalten. Denn zuletzt hatte Bitcoin ganz gut gepumpt, als herauskam, dass eben die Teuerungsrate gesunken ist. Von daher kann ich mir vorstellen, wenn diese Prognose eintrifft oder vielleicht sogar übertroffen wird, dass also vielleicht sogar noch weniger als 0,5 Prozent Erhöhung stattfinden, dass das definitiv positive Auswirkungen auf die Märkte und natürlich auch auf den Kryptomarkt haben kann. Bis 20 Uhr ist ja noch ein bisschen Zeit und falls ihr sowieso heute vorhabt zu traden, dann schaut doch mal bei BingX vorbei. Dort ist nämlich gerade die große Dach-Trading-Competition. Dort werden exklusive BingX-Partner, unter anderem auch die FFDK-Community, die Möglichkeit haben, an einer Competition teilzunehmen, wo es denn Teampreise gibt. Den Link zu BingX findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich drücke euch in jedem Fall die Daumen. Beginnen wir mal mit einer sehr positiven Neuigkeit. 43 Millionen US-Bürger legen ihr Geld in Kryptowährungen an. 13 Prozent der US-Bevölkerung haben bereits in Kryptos investiert. Besonders stark war der Zuwachs während der Geschichte 2020. Ihr wisst schon, 43 Millionen US-Bürger, also 13 Prozent, haben in Kryptos investiert. Das ergab eine Auswertung von JP Morgan unter 5 Millionen Kunden. Während der Sache habe sich der Anteil verdreifacht, so JP Morgan. Noch vor 2020 lag er bei 3 Prozent. Die Stichprobe habe zudem ergeben, dass die Nutzung von Kryptowährungen bei jüngeren Personen stärker ausgeprägt sei. 20 Prozent bei den Millennials, 11 Prozent bei der Generation X und 4 Prozent bei den Babyboomern. Darüber hinaus, und das finde ich doch sehr interessant, darüber hinaus überwiege der Anteil männlicher Investoren deutlich. In der gesamten Stichprobe ist die Wahrscheinlichkeit, dass Männer Geld auf oder von Kryptokonten transferiert haben, etwa doppelt so hoch. Und eine der wichtigsten Schlussfolgerungen des Berichts seit demnach, dass Personen mit niedrigem Einkommen schlechter abgeschnitten haben. Im Schnitt hätten sie später und zu höheren Preisen gekauft als Personen mit höherem Einkommen. Finde ich doch sehr, sehr interessant. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, wann ihr eingestiegen seid. Seid ihr auch Richtung Alltime High eingestiegen oder seid ihr schon sehr lange dabei und habt eher zu günstigen Kursen eingekauft? Gefühlt würde ich sagen, hält sich das hier gut die Waage in unserer Community. Aber ich bin mal gespannt, wie es bei dir ausschaut. Ja, momentan häuft sich der FAT insbesondere, was Binance betrifft. Wir werden uns mal anschauen, was momentan so geschrieben wird. Und ich werde euch auch gleich mal sagen, wie ich das Ganze sehe. Ob man jetzt wirklich Panik haben muss, dass Binance untergeht oder nicht. Kunden ziehen Milliarden ab. Jetzt trifft die Krypto-Vertrauenskrise auch Binance. Mit dem Fall von FTX konnte Branchenführer Binance seine Marktmacht ausbauen. Doch nun scheinen die Kunden das Vertrauen zu verlieren und ziehen Gelder im großen Stil ab. Zum Wochenbeginn haben Kunden innerhalb von 24 Stunden 2 Milliarden Dollar, auf Wochensicht sogar 3,7 Milliarden Dollar abgezogen von der Börse. Das zeigt die Analysefirma Nansen. Aktuell weist sie für Binance Kryptobestand ein Volumen von 60 Milliarden Dollar aus. Das entspricht einem Rückgang von ungefähr 8 Prozent binnen weniger Tage. Vorübergehend stoppte Binance auch die Auszahlung in der Kryptowährung USDC. Und da beginnt schon die erste Fahrt. Viele haben jetzt gesagt, die fangen jetzt auch schon an, keine Zahlung mehr zu tätigen. Und es gibt ganze Artikel dazu. FTX Crash Domino-Effekt. Binance stoppt die USDC-Auszahlung. Da muss ich ganz klar sagen, das hier ist absoluter Fahrt. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass bei Binance nicht alles koscher ist. Und mit Sicherheit jetzt gibt es einige Ermittlungen gegen Binance. Mit Sicherheit noch einiges ans Tageslicht kommt, was uns alles schockieren wird. Handelt es sich hierbei ganz klar um FUD. Denn hier wird geschrieben, dass USDC ausgesetzt worden wäre. Und es wirkt ja für den Außenstehenden so, als würden die gerade Geldprobleme haben. Wir wissen, Binance hat schon vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie USDC nicht mehr weiter in ihre Börse anbieten werden. Es ist halt ein Wettbewerber zu ihrem eigenen Stablecoin BUSD. Und dementsprechend haben sie schon damals angekündigt, dass es Stück für Stück nicht mehr möglich sein wird, die zu handeln. Und auch über einen bevorstehenden Swap wurden wir informiert. Der findet jetzt gerade statt. Das heißt, die USDC-Guthaben werden momentan 1 zu 1 in BUSD gewechselt. Und das ist der Grund, warum Binance während dieser Swaps, also in diesem Zeitfenster eben, keine Auszahlung genehmigt. Ich halte das für total legitim. Und während meiner Aufnahme hier, beziehungsweise während der Vorbereitung zu der Aufnahme hier, kam auch schon raus, dass das Ganze wieder aufgenommen wurde. Also alles wieder reibungslos funktioniert. Von daher seid sehr vorsichtig. Es wird momentan sehr viel gestichelt gegen Binance. Und ich will mit Sicherheit meine Hand nicht für CC ins Feuer legen. Aber es sieht momentan aus, als würde doch sehr viel Panik gemacht werden, die vielleicht gar nicht unbedingt Not tut. Aber wo man vorsichtig sein muss, unserer Jim Cramer, der meistens etwas sagt, und ihr solltet dann genau das Gegenteil tun, sagt folgendes. CC sieht aus wie ein guter Kerl. Ich bin hier bullisch. Und dann schreibt Wall Street Silver direkt Rest in Peace Binance in Versa Cramer. Also immer das, was Cramer sagt, genau das Gegenteil passiert. Wenn er also gerade sagt, CC ist ein cooler Kerl, dürfen wir vielleicht davon ausgehen, dass er sich bald zu Sam Bankman-Fried gesellt. Ist natürlich nur ein Joke, aber doch sehr witzig. Und was auch interessant ist in dem Zusammenhang, Jim Cramer hatte damals, als die Coinbase-Aktie bei 429 Dollar war, gesagt, we like Coinbase to 475, also er ist bullish auf die Coinbase-Aktie. Und jetzt, wo sie bei 41 Dollar ist, sagt er, ich bin aktuell kein Käufer von Coinbase. Es ist noch viel zu früh. Also wenn man ihn wirklich als Konträreindikator verwendet, ist glaube ich jetzt ein guter Zeitpunkt, sich mit der Coinbase-Aktie zu beschäftigen. Ich weiß, diese ganze Geschichte um FTX geht nicht nur euch langsam auf die Nerven, sondern auch mir. Aber sprechen wir mal kurz über die jüngsten Entwicklungen, denn Gründer der Kryptobörse FTX auf den Bahamas verhaftet. Er darf also nicht mein Eigengewahrsam sein, sondern wurde jetzt verhaftet. Der Gründer und ehemalige Chef der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX ist auf den Bahamas verhaftet worden. Das Büro des Generalstandsarbeits der Bahamas teilte mit. Die Verhaftung sei am Montag erfolgt, nachdem die US-Staatsanwaltschaft Bankman-Fried strafrechtlich angeklagt habe. Man erwarte seine Auslieferung an die USA. Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan bestätigte dies, heute Abend haben die Behörden der Bahamas Samuel Bankman-Fried auf Ersuchen der US-Regierung verhaftet, basierend auf einer versiegelten Anklageschrift. Diese Anklageschrift soll wohl heute im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Ich bin heute relativ früh dran mit dem Video, von daher wird sich das wahrscheinlich im Laufe des Tages noch irgendwie ergeben. Und vielleicht werden hier heute schon ein paar neue News durchsickern. Aber alles in allem sehen wir jetzt zumindest, dass Sam Bankman-Fried nicht weiter in irgendwelchen Bloomberg-TV-Shows auftritt, sondern jetzt zunächst wahrscheinlich in Untersuchungshaft gebracht wird. Und dann wird entschieden, ob er für die ganzen Betrügereien schuldig ist oder nicht. Darüber werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich habe euch gerade gesagt, was Binance betrifft, gibt es momentan sehr viel FAT. Trotzdem würde ich euch vorschlagen, sich nicht zu früh zurückzulehnen, denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Geschichte um Tether noch nicht geklärt ist. Zumal wir wissen, dass FTX bzw. Alameda Research ein sehr großer Imitant von Tether war. Und wenn die jetzt wegfallen, glaube ich, hat Tether ganz generell größere Probleme. Und ein Account ist schon seit Jahren davon überzeugt und hat sich zur Aufgabe gemacht, bei Twitter jede Kleinigkeit von Bitfinex oder auch von Alameda Research und so weiter immer wieder zu dokumentieren und zu kommentieren. Bitfinex sagt folgendes, habt ihr schon alle Spaß oder habt ihr Spaß? Denkt dran, esst euer Popcorn nicht ganz auf, denn der beste Film aller Zeiten, das war jetzt erst der Trailer bis hierhin, der kommt erst noch. Er sagt also, bereitet euch vor und man muss dazu sagen, er ist schon sehr lange sehr investigativ und ist ständig dabei, alles unter die Lupe zu nehmen. So sagt er auch, wir wussten von Anfang an, dass FTX ein Betrug war, genauso wussten wir, dass Tether ein Betrug ist. Vor zwei Monaten dachten alle außer uns, dass FTX nicht aufzuhalten sei. Tja, das war es nicht. Die nächsten zwei Monate werden noch besser. Und ein Beispiel, warum Sie so denken, ist, erinnern Sie sich, als Tether ein Typen anstellte, der buchstäblich auf dem Cover des Fraud Magazins war, um eine Art internes Memo zu schreiben, das keine Prüfung oder Bescheinigung war, als Beweis dafür, dass sie Geld hatten. Ihr erinnert euch, es gab häufiger schon mal den Auftrag seitens Tether an irgendwelche Prüfer, die dann eben gesagt haben, ja, ist alles sauber, wir haben das jetzt geprüft, wir können euch zwar keine Einsicht geben, aber hey, wir haben alles geprüft und das passt schon alles. Die Tether sind alle gedeckt. Und einer dieser Untersuchungsberichte wurde eben von diesem Herrn hier, von Louis Free, erstellt. Das Ganze war 2018, ich werde euch das Ganze mal verlinken. Damals hieß es, Tether-Banknoten haben überschüssiges Guthaben, Tether-Banknoten haben sogar mehr Guthaben als Tether-Umlauf. Am 1. Juni 2008 haben sie also mehr Guthaben oder mehr Vermögen, als sie Tether-Umlauf haben. Und dementsprechend sagt er, man braucht sich keine Sorgen machen, alles sei 1 zu 1 gedeckt. Und dieser Typ ist eben unter anderem auf dem Fraud Magazine ein Magazin, das sich vor allem mit Betrügereien beschäftigt. Also, ob der jetzt so 100% legit ist, das weiß man nicht. Auf jeden Fall ist die Tether-Bombo noch nicht geplatzt, doch würde sie platzen, würde es mich nicht wundern. Und es gibt auch weitere Anzeichen, dass der Markt instabil ist, denn so hat es zum Beispiel jetzt das dezentrale Projekt oder den dezentralen Stablecoin USDD getroffen. Der kriegt es einfach nicht mehr hin, sich zu regenerieren. Seit Ende Oktober kämpfen die bereits mit dem De-Packing, die schaffen es einfach nicht mehr, zu einem Dollar zurückzukehren. Und mittlerweile scheint der Kampf so gut wie verloren. Sie waren auf 98 Cent gefallen, dann auf 97 Cent. Jetzt kurzweilig haben sie sich wieder ein bisschen erholt. Aber ihr seht, die Stablecoins sind einfach nicht so stabil, wie sie vorgeben. Meine Empfehlung ist also nach wie vor, zieht eure Coins ab. Egal ob bei Binance, Crypto.com oder sonst wo. Nicht, weil die unbedingt untergehen, sondern weil es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es eventuell passieren könnte. Und als guter Anleger sollte man meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeiten für einen Verlust so gering wie möglich halten. Und ich glaube, die geringste Wahrscheinlichkeit eines Verlustes habt ihr, wenn ihr eure Coins auf ein Offline-Hartow-Wallet schiebt. Denn dort seid ihr denn die Inhaber der Keys und ihr seid die einzigen, die die Coins und Token dann bewegen können. Einen Link zu einem Ledger findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ja, kommen wir jetzt mal zum kleinen, aber feinen Ripple-Update. Und das hat mich heute doch sehr getatscht. Und zwar David Schwartz schreibt folgendes. Tomorrow is Harvest Day for these guys. Also morgen ist Erntetag für diese Jungs. Und zeigen tut er da ein paar Pilze. Und auch im Thread darunter schreibt er dann auch über diese Pilze. Also ob es wirklich um diese Pilze geht und dass er sich daraus eine Soße machen möchte. Oder ob das vielleicht eine zweideutige Nachricht hier ist. Denn wir wissen ja, es wird ja gemunkelt, dass es morgen eine Einigung gibt. Beziehungsweise irgendwas in die Öffentlichkeit gerät, was den SEC-File wohl für beendet erklärt. Und so könnte es natürlich sein, das ist natürlich nur Spekulation, dass er in Wahrheit gar nicht diese Pilze meint. Sondern die ganzen XRP-Geist da draußen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es sind nicht mehr mehr 24 Stunden bis zum 15. Dezember. Ob wirklich was passiert, werden wir morgen sehen. Und dass hier zeitnah eine Entscheidung fallen kann, kommt nicht nur von mir oder Charles Hoskinson. Sondern selbst BTC-Echo bezieht sich darauf. Vergleich heißt Niederlage für Web3. Gerüchteweise steht der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC kurz vor einer Entscheidung. Ein Vergleich bedeutet eine Niederlage, meint US-Politikerin Walker. US-Politikerin January Walker wertet einen möglicherweise bevorstehenden Vergleich zwischen Ripple und der SEC. Ein Verlust für die ganze Welt und Web3. Die Welt folgt den Handlungen der USA und wie die Regierung mit einem von uns umgeht. Schafft ein Präzedenzfall dafür, wie sie mit allen von uns umgeht. Eine Einigung würde der ehemaligen Kongresskandidatin zufolge dem Präzedenzfall schaffen, dass das Web3 nicht den Mumm hat, sich gegen schlechte Praktiken unserer Regierung zu wehren. Das Wichtigste, was die Branche braucht, sei eine Klärung der Regulierung. In der Kernfrage, ob die von Ripple herausgegebene Kryptowährung XRP als Security, also Wertpapier, oder Commodity, Ware zu regulieren sei, argumentiert Walker. Da wäre eine eigene Klassifizierung sinnvoll. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass Kryptowährungen weder ein Wertpapier noch eine Ware sein sollten. Und dass wir eine ganz neue Klasse schaffen sollten, anstatt herauszufinden, wie sich Kryptowährungen in bestehenden Strukturen einfügen lassen. Um bestätigen Gerüchten zufolge, soll es noch in dieser Woche zu einer Entscheidung in dem Rechtsschritt zwischen Ripple und der SEC kommen. Cardano-Gründer Charles Hoskinson ging in einem AMA, was wir uns angeschaut haben, auf die Spekulation ein, ordnete diese aber im Nachhinein als Gerücht ein. Es bleibt natürlich beim Gerücht und auch Ripple selbst hat das Ganze verneint und gesagt, nee, dem ist nicht so. Aber morgen sind wir schlauer und werden sehen, ob es wirklich nur ein Gerücht war oder vielleicht das Wahres dran war. Und hier auch nochmal eine kleine Ergänzung zum Fazit von Jeremy Hogan. Ihr erinnert euch, ich habe euch im letzten Video erzählt, dass Jeremy Hogan davon ausgeht, dass Ripple eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen. Übrigens war das sein letztes Video. Er wird seinen YouTube-Kanal höchstwahrscheinlich nicht fortführen. Sehr, sehr schade. Also falls ihr nochmal Lust habt, lasst doch gerne nochmal ein Like auf sein letztes Video da. Und ich glaube, der hat einen richtig geilen Job gemacht, aber hat schon in seinem Video gezeigt, er fährt jetzt mit einer Yacht Richtung Sonnenuntergang. Ich denke mal, ganz so schlecht geht es ihm nicht. Jeremy Hogan. XRP ist eindeutig kein Wertpapier. Aus Hogans Video geht er vor. XRP ist laut Howie-Test eindeutig kein Wertpapier. Er stimmt der Einschätzung von Ripple also zu. Das Problem, zwar verkaufte Ripple mit XRP ein Finanzprodukt, dieses wird jedoch nicht aktiv verwaltet. Dem letzten Kriterium des Howie-Tests wird also aktiv widersprochen. In allen Fällen, in denen in der Rechtsprechung des Howie-Tests ein Investitionsvertrag festgestellt wurde, bestand eine erkennbare Rechtsbeziehung zwischen einem Emittenten und dem Investor, der das Investitionskapital zur Verfügung stellte. Erklärte Hogan. Im Fall von XRP besteht allerdings keine Beziehung zwischen dem Herausgeber und den Investoren. Ripple verkauft lediglich ein Produkt und dementsprechend wird der Howie-Test nicht erfüllt, beziehungsweise nicht alle Punkte des Howie-Tests. Und somit geht er ganz stark davon aus, dass Ripple diesen Fall nicht verlieren wird, beziehungsweise XRP nicht als Wertpapier eingestuft wird. Und das ist ja eigentlich nur das, was wir schon die ganze Zeit, gefühlt seit zwei Jahren, genauso denken. Wir sind mal gespannt, was denn dabei rauskommt. Selbst wenn es ein Settlement gibt, bin ich sehr gespannt, was dieses Settlement beinhaltet. Denn ich habe euch schon mal gesagt, eine Einigung heißt nicht unbedingt, dass es nur positive Ripple sein muss. Es kann natürlich auch sein, dass sie Kompromissbereitschaft zeigen müssen, entweder in Form einer Strafzahlung oder in Form eines Abtritts ihrer großen Bestände oder irgendeiner anderen Geschichte. Es fühlt sich so an, als würde da gerade was passieren. Und mit dem Wissen, dass die Richterin ab 17. Dezember definitiv bis Januar im Urlaub ist und da nichts weiter entscheiden wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn dieses Jahr noch eine Entscheidung fallen soll, dass sie diese Woche fallen wird. Ansonsten denke ich, wird es sich wirklich bis März 2023 ziehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, Freunde. Für heute bin ich jetzt erstmal gespannt, was dort ab meinem Zinsentscheid herauskommt. Falls ihr Lust habt, euch live darüber zu unterhalten, kommt doch sehr gerne in den Crypto Talk. Ansonsten war es das für heute, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet einen Mehrwert. Wenn dem so sein sollte, lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao! Uff-Uff-Uff-Uff-Uff-Uff-Uff-Uff-Upp-Uff. Untertitelung des ZDF, 2020